Nicht langweiliger Film! Genau, es gibt ganz viel Spiel und Spaß in Zeiten von Corona, ein paar Ideen und Inputs, was man alles machen kann mit seinen Kindern. Und ihr könnt einfach mitspielen und mitmachen. Hallo in unserer heutigen Folge. Jetzt lernt ihr, wie man Plastikhandschuhe zu einem Luftballon aufblast. Nehmt ihn so in die Hand und dann... Helfen die Eltern ein bisschen mit? Das wollte ich so. Ich baue jetzt einen Kopf des Menschen aus Knopapier. So, ein Auge, mal ein bisschen größer. Auge, 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 Nase, Mund. Fertig! Wer bist denn du? Lucy. Wie alt bist du? Ich bin... 4... 1... 2... 3... 4... 3... 3... 4... 4... 5... 4... 1... 4... 5... Perfekte Blume! Das ist der Zaubersaft. Er bringt uns in die nächste Dimension. Lucy, du hast dich aufgelöst. Das war der Nullpunkt. Hallo, Mama. Finde ich dich gut, oder was? Finde ich dich gut.